Oh boy, ich hoffe, das hier ist artgerechte Haltung. Ja, ich bin die ganze Nacht hier. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie der Execute-Command funktioniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Direkt wieder right on track. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht. Wer würde denn lieber Craft-Attack gucken und wer würde lieber Map-Making gucken? Und quasi 100% wollte Map-Making. Deswegen zeige ich euch heute mal, wie man den neuen Execute-Command in der 1.13 verwendet. Und das ist eigentlich relativ easy. Gebt einfach slash execute ein. Und durch diesen neuen Command-Helper, den ihr hier seht, wo mir schon alles vorgeschlagen wird, brauche ich eigentlich quasi fast gar nichts mehr zu erklären. Aber falls ihr trotzdem noch Fragen habt, dafür ist dieses Video da, dann könnt ihr das in die Kommentare packen. Das ist nämlich eigentlich relativ easy. Ich möchte euch den Execute-Command so vorstellen, wie wenn jemand einfach in den Saal reinbrüllt mit 20 Leuten oder so, schreibt ihr und sagt einfach mach mal. Und das Ding ist aber, wenn ihr einfach mach mal schreibt, dann wisst ihr wirklich, wer das machen soll, wo er das machen soll und was er überhaupt machen soll. Und deswegen gibt es halt diese ganzen Sub-Commands und das ist relativ easy zu verstehen eigentlich. Aber ich zeige euch das trotzdem mal. Also wir können zum Beispiel folgendes machen. Wir können execute und dann run say hi machen. Das heißt, wir führen von uns aus den Command say hi an unsere Position als uns selbst, weil wir sind der Command-Ursprung. Wir haben das gerade in die Command-Zeile selber eingegeben. Das ist alles immer default-mäßig. Wenn wir das aber in der Funktion drin haben, was wir logischerweise machen, dazu mache ich auch noch Tutorials, wie ihr quasi eine Gamble-Function wieder hinbekommt, weil das wurde nämlich verendet in 913, dann sieht das ein bisschen komplizierter aus. Aber das ist eigentlich wirklich extrem easy. Also ihr macht dann zum Beispiel einfach execute und dann gebt ihr den Command ein und dann müssen wir erstmal wissen, wer soll das überhaupt executen. Also sagen wir einfach mal, es ist keine Ahnung, etype ist gleich sheep. Und ihr seht auch immer, es werden tatsächlich exakt live gezeigt, was hier falsch ist, was fehlt, und was sie noch eingeben müssen. Und das ist extrem cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt bin ich wieder vorgeschlagen. Jetzt kann ich wieder jeden einzelnen Command ausführen. Und jeder einzelne von diesen Sub-Commands kann unendlich gestackt werden, bis ihr als letztes dann run benutzt. Und dann macht ihr run, say hi. So, jetzt führt das scharf den Command aus. Aber das hatten wir ja eigentlich schon. Vorher war es ja genau, einfach execute und dann einfach sheep. Und dann macht ihr zum Beispiel diese drei Commands hier und dann say hi. Diese drei Teile da. So, in dem Fall sagt ihr einfach, wenn ihr es von dem scharf ausführen wollt, also quasi diese drei relativen Koordinaten, könnt ihr euch dann quasi als add, add s vorstellen. Also an der eigenen Position. Add s ist sozusagen add self, könnt ihr euch vorstellen. Oder add selbst. Ja, das ist sozusagen die Entity selbst, die das letzte Mal hier bei dem s-Command drin ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel as at etype sheep add s mache und dann run, say hi mache, dann macht das scharf das. Aber wenn ich zum Beispiel dann hier nochmal as at e type ist gleich cow, warum auch immer ich das so machen würde, dann würde es trotzdem, warte, doch das scharf ausführen, genau. Weil ich das quasi vom, also als scharf ausführe von der Kuh und dann wieder die Kuh von sich selbst das ausführt. Das ist eigentlich unnötig. Aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich es halt, wenn ich es genauso lasse und zum Beispiel as cow mache, dann würde das add s wieder bedeuten, dass es die Kuh selbst ist. Also quasi nicht die Kuh hai. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal, wir wollen das ein Command ausführen, der, wo alle Entities in einem Umkreis von fünf Blöcken um dieses scharf hallo sagen. Und das ist relativ cool. Wir sagen einfach execute as sheep und dann schreiben wir da add s hin. Also quasi, dass der Command von dem scharf heraus ausgeführt wird. Und dann sagt es scharf aber, dass es als alle, oder add e einfach mal, Distance ist gleich, also Distance ist der neue Radiusselektor. Das wird alles geupdatet. Ich mache dazu auch noch ein Video zu den Selektoren. Von eins bis fünf oder so. So. Und das ist mit den Punkten hier geregelt. Also quasi eins Punkt Punkt fünf heißt eins bis fünf. Wenn ihr es so macht, dann ist es alles unter fünf bis fünf. Und wenn ihr es so macht, das ist alles über fünf und fünf. Also das ist ein kleiner, größer gleich fünf. Das wäre kleiner gleich fünf. Und das wäre eins bis fünf beispielsweise. So. Und dann machen wir das dann. Add, add s, say hi. So. Run, say hi. Run ist immer am Ende, dass es ausgeführt wird. So. Wie ihr seht. No entity was found, weil ich nicht in der Nähe vom Scharf bin. Jetzt bin ich in der Nähe vom Scharf. Also zwischen dem Radius eins und fünf. Führe das aus. Und tatsächlich führe ich das als ich selbst aus. Und das ist ziemlich cool. Ich könnte es aber auch genauso gut als vom Scharf ausführen. Dann würde der Scharf, je nachdem wie viele Entities um mich herum sind, so oft high sagen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen. Dieses Video. So funktioniert der Execute Command. Jetzt wird es noch ein bisschen cooler, weil wir können nämlich noch neue Sachen hinzufügen. Denn sowas wie Scoreboard Players Test wurde komplett entfernt. Sowas wie Scoreboard, ne sowas wie Test 4 wurde auch entfernt. und so weiter und so fort. Weil das wurde quasi einfach nur benutzt, um, ich könnte zum Beispiel mit einem Slash Test Vorbefehl, den es jetzt nicht mehr gibt, konnte ich zum Beispiel nach einer Kuh suchen. Und diese Kuh, die hat dann tatsächlich, dann konnte ich das quasi per Stats in den Command reinpacken. Und wenn ich dann diesen bestimmten Score hatte, also quasi wenn eben so eine Kuh existiert, dann konnte ich was ausführen. Jetzt mittlerweile geht es richtig easy. Ich kann einfach sagen, execute if entity entity at e type ist gleich Cow. Übrigens schreibt alles klein an allen Typen. Falls ihr das falsch macht, das Cow groß geschrieben geht nicht mehr. Ihr könnt, also ihr könnt nicht mehr type ist gleich Cow machen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss wirklich klein alles sein. Also auch Amos denn sowas, alles klein geschrieben. So. If at e type Cow runs say hi. So. Jetzt sagen wir natürlich logischerweise, also ich könnte, sagen wir hi. Wir können aber tatsächlich auch das umkehren und sagen unless Cow und dann sagen wir nichts mehr. Wenn wir die Kuh dann aber töten, was wir natürlich jetzt einfach mal machen werden, artgerechte Haltung und so, dann seht ihr, ich sage wieder hi, weil die Kuh, ne, die Kuh, die macht muh. Wo war ich stehen geblieben? Wo bin ich gerade? Was wollte ich gerade nochmal erklären? Ach ja. Genau. Also weil die Kuh, das so lange, also ich fühle den Command so lange aus, bis eben eine Kuh existiert. Das ist ziemlich cool, weil dann kann man diesen Command nämlich ausführen, um zum Beispiel sowas wie, ähm, Store Armor Stands oder sowas zu spawnen oder irgendwelche bestimmten Entities, die unbedingt existieren müssen, in einem Spiel oder so. Das ist ziemlich cool. Da kann man das einfach in die, in die, äh, in die Mainschleife reinpacken und fertig. Diese Entity existiert die ganze Zeit. Das ist ziemlich cool. genauso gut kann man auch irgendwelche Armor Stands machen, die immer einmal da sind und wenn sie gelöscht werden, werden die einfach neu gespawn, vielleicht auch wie gerandom spreaded oder sowas. Das ist ziemlich cool. Muss man das nicht irgendwie anders abfragen. Das ist eine gediegene Geschichte. Ähm, Speaking of Armor Stands, ich habe tatsächlich die Möglichkeit gefunden, ganz alleine, die hat noch keiner vor mir gemacht, ähm, Armor Stands perfekt auf der Mitte vom Block zu spawnen. Das ist einfach unglaublich. Ich mache mal ganz kurz zusammen einen Armor Stand. Äh, einfach mal hier. Und ihr seht, der Armor Stand, der ist tatsächlich nicht in der Mitte vom, von dem Block. Der ist, der ist tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen displaced. Ja, aber wenn ich den exakt auf der Mitte vom Block haben will, mache ich folgendes. Und zwar mache ich einfach Execute. S at S, add at S. Das kann ich, das kann ich weglassen, weil ich bin das selber. Ich mache einfach Execute allein. Ihr könnt euch das jetzt weg, wegdenken einfach. Und ich möchte es auf den, auf der X- und auf der Z-Achse. Und auch auf der Y-Achse. Scheißegal. Ihr könnt tatsächlich X, Y und Z hier rein sparen. Alles nur einmal insgesamt. Ähm, und das sind dann die Achsen, auf denen es aligned wird. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, das hier sind die Achsen. Seht ihr das? Diese, diese kleinen Sachen zwischen den Blöcken. Das sind die Achsen. Das heißt also quasi, wenn ihr das perfekt auf einer Achse aligned und dann spawnen, also wenn ich das jetzt so mache, äh, mache dann quasi, äh, run, summon, armor stand. dann wird der armor stand tatsächlich exakt auf der Mitte von dem Block, äh, zwischen, äh, vier Blöcken sozusagen gespawnt. Also exakt auf dem, auf dem Schnittpunkt. Wenn ich das jetzt aber natürlich in der Mitte vom Block haben will, dann nehme ich natürlich einen halben Block Abstand. Wie mache ich das? Indem ich, ähm, einen, einen Abstand mache. Und zwar statt align schreibe ich jetzt hier rein, ähm, oh Gott, warte. Execute. Offset. Genau, Offset heißt es. Das heißt, ich packe jetzt hier noch ein Offset hin. Und da können wir das hin machen, was wir vorher beim Execute standardmäßig drin hatten. Diese drei Tilden. Und können da jetzt reinschreiben, zum Beispiel 0,5 hier in die Richtung, 0,5 da in die Richtung und boom! Es steht perfekt auf der Mitte vom Block. Egal, wo wir uns befinden. Wenn wir random einfach die Sachen spawnen, es wird sich immer perfekt in der Mitte vom Block befinden. Das ist mega praktisch, zum Beispiel für Paint, weil ich da meine Schalke immer perfekt auf dem Block-Grid spawne. Und, äh, ja, dann eben richtig nice Geschichten mache. Ich könnte das halt, wie gesagt, auch um 0,5 in die Mitte spawnen. Aber bei Schalkern macht das keinen Sinn, bei Armour Stands glaube ich auch nicht. Das heißt, wenn ihr sowas wirklich perfekt auf dem Block spawnen wollt, bringt es euch nur was auf X und Z, X-Achse und das andere könnt ihr eigentlich weglassen. Scheißegal. So, das ist ziemlich cool. Und wenn ihr Blöcke wirklich perfekt auf dem Block-Grid haben wollt, und dem ihr quasi Schalker spawnt, die unsichtbar sind und die quasi als Block dienen, dann spawnt die einfach XYZ auf der Achse und spawnt die so. Das ist richtig cool. Das ist eine richtig coole Geschichte. Ähm, yes. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, bei dem Offset, ich weiß tatsächlich nicht, ob es geht, aber auch den hier benutzen. Ja, freilich. Natürlich können wir das. Warte, kann ich jetzt hier zum Beispiel es mal nicht allein oder allein wegmachen? Und jetzt mal zum Beispiel fünf Blöcke vor meinem Gesicht. Ja, es funktioniert. Das ist richtig abgefahren. Ähm, falls ihr das noch nicht kennt, das ist tatsächlich der neue, wie soll ich sagen, der neue, die neue Local-Coordinate. Und zwar ist das hier so ein Dach. Ich weiß gar nicht, wie es normalerweise ist. Ich nenne es einfach Dach, ist scheißegal. Ähm, und das ist jetzt nicht mehr von eurer Position abhängig, sondern auch von eurer Position, verstehe mich nicht falsch, aber zusätzlich von eurem Blickwinkel. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Tatsächlich hatte ich heute exakt eine Vorlesung, die genau dasselbe vorne mit lokalen Richtungen und Vektoren und mit Vektoren, die quasi vom Objekt ausgehen. Das hier ist die Welt sozusagen. Oder ich weiß nicht. Doch, das ist die Welt. So, das ist jetzt x... Warte. x, y und z, ja. Und wenn wir jetzt aber quasi unseren Kopf drehen würden, dann würde sich das Ding auch einfach mitdrehen. Das heißt, ihr müsst euch so ein Ding hier, was zur Welt gehört, so denken, dass sich die ganze Zeit mitdreht. Und das, das heißt, dass z quasi immer nach vorne und zurück geht. Das heißt, wenn ich das in minus zwei mache, wird der tatsächlich zwei Blöcke hinter mir gespawnt. Ähm, wenn ich das in plus zwei mache, dann wird der zwei Blöcke vor mir gespawnt. Tatsächlich auch immer genau in meine Blickrichtung, wenn ich nach oben gucke, dann ist vor mir tatsächlich weiter oben. Ähm, die y-Achse ist tatsächlich normalerweise, wie es auch sein sollte, zwei weiter oben drüber. Das ist ganz cool. Und die, ähm, die x-Achse steht für links und rechts. Das heißt also, wenn ich das hier auf fünf stelle, spawnt er links von mir. Habe ich jetzt auf vier gesetzt und nicht auf fünf. Verdammt, wenn ich es auf minus vier setze, dann spawnt er rechts von mir. Das ist noch eine coole Sache, die man nebenbei nochmal erwähnen muss. Die muss ich nicht in ein extra Video packen. Kann ich kurz in ein Execute-Tutorial reinpacken. Jo, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Execute ist nice. 1.13 ist mega nice. Äh, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr normalerweise sowas wie Execute, ähm, dann zum Beispiel, äh, 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 Tag ist gleich eins oder so. Was habe ich falsch geschrieben? Achso, äh, 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 Tag ist gleich zwei oder sowas. Irgendwie immer so weiter. Und run immer weiter. Ihr könnt, äh, statt, äh, immer wieder Execute zu spammen, einfach den As-Selector, ihr könnt das mit dem Run weglassen. Das heißt, dass sie quasi, wir executen von einem ArmorStand, das, ähm, ass, äh, also dann schreibt einfach Add, dass sie eben von einem anderen ArmorStand etwas ausexecuetet. Das heißt, dieses Doppel-Executen könnt ihr quasi mit diesem Add, AddS, und dann wieder As und dann eine neue Entity, äh, ah, so ein bisschen überspringen. Und das könnt es ja machen. Das ist ganz cool. Und wir haben leider nichts mit Tag 1 oder Tag 2. Das ist ein bisschen traurig, Mann. Ich wünschte echt, ich hätte jetzt den Tag 1. By the way, Tag wird jetzt einfach nur noch Tag geschrieben. Tag hat es mir den Add 1. Und dann kann ich tatsächlich den Command ausführen. Ne, doch nicht. Warum nicht? Ach, ich bin kein Amorstinn. Naja, ihr wisst. Wir können ja einfach, wir können ja typen, nicht Amorstinn hinzuschreiben. By the way, ihr könnt jetzt hier, das kann ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, tatsächlich mehrere Tags hinzufügen. Also ihr könnt jetzt nach mehreren Tags auch gleichzeitig hinzufügen, dass ihr den nicht haben sollt oder was weiß ich. Und ihr könnt auch mehrere Types hinzufügen. Type ist gleich nicht Kau. Oder wenn ich jetzt Type ist gleich Kau reinschreibe, funktioniert es wahrscheinlich nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt doch einen Type hinzufüge, das sollte nicht funktionieren, weil Kuh und Schaf gleichzeitig kann man nicht sein. Aber ihr könnt nach mehreren Tags suchen und ihr könnt auch nach mehreren Scores suchen und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool. Coole Geschichte, ihr könnt auch nach MBT und nach Achievements im Selector testen. Es wird richtig abgefahren für Vanilla-Mods, sage ich euch. Sobald der Replace-Item, oder nee, der, wie heißt der? Modify-Item, der kommt nämlich noch, der ist geplant. Sobald der Command rauskommt, werde ich wahrscheinlich wieder Vanilla, also beziehungsweise halbe Items machen. Also ein bisschen Vanilla-Mods-mäßig abgehen. Ansonsten würde ich sagen, wir sind zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich versuche das jetzt kurz noch zu rendern und hochzuladen. Ich weiß nicht, wie schnell mein Laptop rendert. Mal gucken. Ansonsten, danke, dass ihr da wieder dabei wart, Leute. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nach Craft-Attack produzieren kann, ein bisschen aufnehmen kann, ein bisschen Spaß haben kann dabei. Vor allem mal mit anderen Leuten aufnehmen. Und ja, das würde mich mega happy machen, wenn das wieder laufen würde. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einen Monat lang kein Internet gehabt. Und es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Die Pause hat mir gut getan, aber jetzt kann es auch mal wieder weitergehen. Obwohl ich momentan wirklich wenig Zeit habe. Also ich habe richtig viel zu tun momentan wegen Uni. Das ist richtig abgefuckt, weil wir richtig viele Projekte abgeben müssen. Naja. Wenn ihr wollt, kann ich das auf Twitch gerne mal Livestream, wenn ich sowas mache für die Uni, weil es eigentlich relativ spaßig ist, das Livestream. Also ich bin meistens sowas am Zeichnen und ich kann nicht zeichnen. Oder modellieren oder animieren oder sowas. Das ist ziemlich witzig. Cool. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Kids. Bis dann. Ich habe euch lieb und so. Ihr wisst Bescheid. Ciao. Ich habe keinen Knopf für das Aufnahme-Band. Ich bin an meinem Laptop. Wie findet ihr die Qualität? Ist die okay für meinen Laptop? Ist es gediegen. Ich habe nämlich herausgefunden, woran es geliegen hat beim Stress-Test. Ich habe die falschen Grafikkarten genutzt für meinen, beziehungsweise mein Aufnahmeprogramm hat die falsche Grafikkarte genutzt. Jetzt läuft alles flüssig. Der Wahnsinn. Okay, bis dann. Haha, wui. Ich bin witzig.